sind eigentlich alles dabei so ich kann jetzt erst mal hier wieder rein mein bildschirm so da seht ihr schon mein hund ich habe jetzt gerade die jd abgeholt und da sind wir gleich beim bei der ersten mitspielerin für heute die liebe jd jd streamt heute auch mit also hallo an dich und an deine zuschauer süße auch an euch hallo und viel spaß an alle zuschauer von inge und paranus und auch an meine zuschauer alles klar so als nächstes dabei unsere moderatoren und mitspielerin die liebe nari etwas verschnupfelt aber man kann es noch erkennen dass es die nari ist nabend süße schönen guten abend an alle zuschauer von inge para und jd habt spaß und einen schönen abend okay so und dann als nächstes dabei mein göttergatte mein schatzi der ralf hallo so und dann fehlt ja noch eine unsere ja wie nenne ich dich denn jetzt pal bremsklotz nuss pal bremsklotz nuss roboter bremsklotz nuss passt ja nicht unsere pal bremsklotz nuss paranus 74 hallo an dich und an deine zuschauer hallo und schönen guten abend auch an den zuschauer von inge 123 und jd 380 herzlich willkommen und viel spaß bei power luft holen so und da haben wir gleich den ersten faulenzer hier im lager unser tee fand das wasser dingens das wasserpaal ist erschöpft und kriegt nichts auf die reihe und ist der der ist depressiv ich wollte auch gerade sagen der ist genauso wie ich nur in klein und ja aber mal in die box ja würde ich aussagen wo ist die box box hier bei uns man ich sammeln immer ein so wir haben doch bestimmt noch einen ersatz raus weil der kann auch gießen genau gehe ich noch mal gucken habe ich noch einen anderen t fanden ach wir haben ja noch ein warte mal das geht mal wieder rein also nehmen wir mal den anderen wir hatten grünen daumen und ist der wasserrat der arbeit sind wir schon mal nicht füche hat die war faulenzt ok ich auch wo sie peitsche denn ich nehme mal den anderen raus wenn der zu faul ist ok ich habe den anderen mal raus gesetzt es war ein schisshase aber gut jetzt wollte ich mir eigentlich mal den ralf schnappen glauben aber nicht normales krimis aber die box so jd ich mache dir jetzt erst mal was anziehen ok du wirst dir den hintern abfrieren deswegen ja abends abends wird kalt aber reicht warte mal warte mal warte mal kann ich wo ist denn das so jd komm mal bitte hier zu mir an die werkbank und dann drückst du f erhalten und dann hat sie hast du das zeug automatisch an genau ich noch nicht weil ich noch nicht in eurer gilde bin ach so ja stimmt f drücken auf inge genau jetzt drückt mal f und halte das gedrückt jetzt müsste es gehen dann guck noch mal ob du das da aufheben kannst aus der werkbank da ist die keulen axt und ralala drin was kann ja nicht sein hast du das jetzt schon rausgenommen gehabt ich habe nichts rausgenommen ort muss ich das jetzt noch mal machen alter steht ja okay wir machen das noch mal ich habe so ich muss hier schon wieder mal hoch so jetzt tritt mal ran da müsste jetzt f stehen erhalten immer noch nicht kann sondern will ich das jetzt pass auf ich holt mich schon wieder weg kann ja die irgendwann stimmt was das zeug garantiert im rucksack ich habe rote beeren beeren samen steine holz und das dicke ei was ich gefunden habe nichts so pass auf jetzt produziere ich das noch mal und dann nehme ich das selber raus und dann lege ich dir das hin oder ich packe es in die kiste hier aber an der werkbank stoffkleidung ja wie schön dann hol das da doch mal raus geh mal da an die werkbank ja die zweite da kann ich auch noch rezept auswählen was was ist denn das scheiß wenn die kuppen hier der zweiten kiste müsste kleidung drin sein okay ja so jetzt habe ich wenn ich es richtig habe im inventar jetzt braten wir uns darauf erst mal an der bergbank die keule bauen genau geht es einfach daran und dann wird er da im menü angezeigt was du alles bauen ganz alles was rot untermalt ist kannst du nicht bauen da fehlen irgendwelche rohstoffe das zeigte dir dann aber auch an wenn was fehlt was du da noch genau besorgen muss so dem hausen noch bezüglich und nachts ich habe die stoffkleidung in meinem rucksack jetzt also langsam ist der bock aber du willst nur nicht teilen also ich brauche noch holz holz und holz und holz hängt halt aber eigentlich gerne ja normalerweise das weiß ich ja so ich ähm und die kleidung hält mich jetzt äh warm dass ich nicht friere ja richtig wenn ich jetzt holz sammeln gehe korrekt gut also pack ich in die doofen bären rein hast du spitzhacke und axt nein deswegen wollte ich ja holz sammeln gehen einen moment ich mach das grad ähm hallo axt hab ich ja parenus ja es fehlt holz ja nicht ihr euch mal alle schlafen hier ey ist schon ok ja gut du kannst aber auch holz äh aufsammeln ja stimmt das geht ja auch wie ich schlepp so viele gegenstände rum holz und steine rechts ach du schande cool interessant woher es dauert ja bis übermorgen bis ich da vorne bin ausdauer gleich null hallo nikki grüß dich schönen guten abend ja nikki fragt gerade hey was kam bereits eigentlich raus jawoll und den screamer nachher dankeschön ralf was ist denn da aus deinem ei raus gekrochen ich weiß nicht wo es hin ist ich habe es aufgehoben keine ahnung wo ich es sehe ich habe schon dreimal gefragt aber ich krieg keine antwort hm nicht gut ja gut ich hab äh doch nichts ähm oh da ist ja schon ein ei ich muss ja irgendwo sehen wo ich es eventuell habe keine ahnung das ei aber das weiß ich nicht boah die die parts die sind so süß ist da wer dran ach nee äh guck mal bitte in ne pal box sagt nikki jetzt noch und was soll ich da sehen äh ob da ein pal drin ist der da vorher nicht drin war das weiß ich nicht wer soll ich denn das wissen so mit mausrat wie geil ja eine fackel bräuchte ich auch noch ha 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 ähm der fackel da ist was mit flambell vielleicht ist das das ist ein neues hat level 1 ja das hat level 1 das wird wohl flambell sein so muss ich natürlich auch ok ja muss doch mal gucken was das für fähigkeiten hat und so so hast du es wären irgendwas irritiert mich jetzt hier mächtig ja ähm para hast du mein chat im auge ne das tut weh weil da schreibt irgend jemand was auf englisch bla 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 und was schreibt da denn das letzte i make you special video ok danke para ja kannst du gleich bannen das ist jemand der möchte was verkaufen ach so wie der heute mittag auf twitter ich wollte nur gucken dass ich an leertaste namen dahinter ja gut ich habe hier neben dran habe ich ja noch mein laptop ich kann über laptop ähm kenn ich auch du hast ja du hast ja als modeller streamer vorgenommen äh buttons wo du dann nachricht löschen kannst oder äh timeout sperren das ist ja alles hier gar nicht ja ich ich wollte halt nur gucken ähm heiß ach inge ich habe noch was zu machen äh so machen wir so so die kisten da kiste ich habe hier neben das lagerfeuer eine kiste hingestellt bitte nur den fresskram reinmachen so die sind schon wieder am aber ok sorry inge ich habe gefettfingert wo hattest du jetzt angestellt glaub ich doch jetzt wohl nicht helfe alter schwede da fliegen die abos he 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 also du bist ein ganz schlimmer fettfinger aber hallo aber danke dir gerne doch ich drücke dich dankeschön nie 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 hier ist die da was du es ich habe spotify jetzt auf zwei spuren ich muss gucken wie das geht das ist wieder auf das will ja nicht dann stelle ich den aufs andere ende sommer kannst du protein nur eine box hinstellen ernsthaft dann kommen wir aber ja nicht ich guck mal ja dann müssen wir sehen dass wir die box gefunden ich gehe mir mal grad ein paar einfangen mittelalterliche pharmazie bank geht das schon was hochwertige werkbank besitzer mit dem technologie punkt so ein kleines feuer daneben dem eis doch was gutes die frage frage an radio eri waren ist jemand von euch schon level 12 weiß ich doch nicht noch nicht okay damit ich auch erst gar nicht zu fragen sein mit den ganzen pols die hier ein weil die box ist fast voll ist insgesamt passen nur noch zwei stück rein ralf wie sieht es dann bei dir aus hast du zeit dann komm mal mit kapi barra los latschen ja alles dabei herz willkommen wir gehen auch zu fuß ich habe ein kapi barra ich habe extra kapi barra reingebaut in den stücker panel der müsste eigentlich direkt als erstes sein hier hinten ist eine riesengruppe von elchen gelle was willst du mit so viel elchen naja gibt xp bonus außerdem wir mich nicht außerdem können wir die viecher auch verkaufen ja ich weiß ja auf info und da scrollt man runter müssten eigentlich die beiden dinge die boxen kommen warte ich schick dir mal ein bild liebes kapi ja die eine die eine lege steht hier unten gesperrt wie die eine lege steht bei mir hier unten gesperrt was ist gesperrt ah jetzt ja unten war eben ist ein schloss wenn ich laufe und da steht gesperrt wo ist es kapi barra keine ahnung vielleicht kannst du bist du überladen oder irgendwas nein so dann kommen wir ran hier wir gehen jetzt ja ich bin ja jetzt vom mikrofon weg gewesen also kapi barra schreibt du bist ja live stream ich habe es gelesen zur inselblickküste bitte wo ist denn das was ist kapi barra inselblickküste welcher sticker ist das da wo du bist jetzt müsste der erste sein der erste ist ein bärchen das kann ich da hinreisen genau bitte wie kann ich jetzt da hinreisen du drückst bitte f klick moment jd du drückst jetzt bitte f so dann macht sich die karte auf und oben rechts ist inselblickküste ich sehe nur deinen pfeil hier auf der karte was ich sehe nur deinen pfeil mit deinem name hier auf der karte ich sehe hier nichts von inselblickküste ich komm warte ist der turm denn freigeschaltet ist der blau oder rot wenn du den anguckt drückst drehe dich mal um bläulich gut dann kommen wir mit wenn ich dann da drauf drücke dann steht da schnellreise ja so jetzt habe ich die karte so jetzt und dann suchst du dir oben rechts ist ein punkt der heißt insel blickküste so jetzt ja kannst du das sehen nein nee dann komm dann dreh dich um kommen wir gehen zu fuß das stück ich weiß nicht warum das nicht geht ich sehe nur an ich sehe nur diese komische karte und dann sehe ich so ein paar splitter da drauf keine ahnung warte mal ich komme mal eben moment warte mal oh wow oh mein gott nein ich baue jetzt gerade eine mittelalterliche pharmaziebank so mehr sehe ich nicht wenn ich öfter drücke vorhin habe ich dich dann hier noch sehen was ich habe gerade das das beste überhaupt gemacht shit wir müssen zu fuß gehen komm da raus was was war das ich bin überladen ich gehe wie eine Schnecke ja logisch aber voll der Schnecki gegangen ist so hier treiben sich keine rum ja da musst du ein bisschen aufpassen ähm wenn du irgendwas abbaust bekommst du irgendwann den Balken angezeigt der jetzt bei dir rot ist mhm und das ist das Gewicht was du tragen kannst genau und wenn das Überhang hat dann hast du Pech gehabt dann schleichst du schneckig durch die Gegend mhm wir hatten jetzt einen Sound bei mir gemacht oder das muss ja bei mir ich weiß nicht keine Ahnung mhm wenn du schon sagst keine Ahnung ja ja ich bin hinter dir sehr schön ja was ist denn denn warst du das me wie aber warum kann es mir das nicht an hattest du was gehört ja ok ja ok jetzt zeigt es mir auf dem Dings an in OBS habt ihr ähm habt ihr ähm Metallbahn ich muss jetzt auch gleich nochmal an Metallfarm gehen ok die Schnecke ist gleich im Lager alles gut lass die Zeit ja im wahrsten Sinne des Wortes deswegen sag ich es ja ach Mist so ich wollte eigentlich ein Pal sammeln gehen ja hier mal runter vorsichtig also sinnvoll wäre glaube ich zuerst dieses komische ähm Lamm-Ding da ne oder Lamm-Ball genau komm mal bitte zu mir wo bist du denn hier dreh dich doch mal um hier oben ähm so wie sieht die Statue aus blau oder rot rot dann schalte die bitte frei ähm da kriegst du nämlich auch einen Technologiepunkt oh da ist so ein so ein süßes Pal das hatte gerade Hunger ist die jetzt blau? ja so wo sind die Boxen? da 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 dann komm mal mit mal gucken ob wir ein paar Jungs finden hier unten hallo hallo hier links und rechts liegen noch Sachen zum Aufheben über 600 Kilo äh nein ha ha nein das siehst du falsch ha ha okay dann schon sehe ich es richtig nein alles klar wo hier musst du eine Schatz ich dachte nicht ne was ja ne ist gut wenn die nur einmal da ist ich hab sie aufgemacht ich dachte da ist für jeden eine da sorry wie außer Betrieb äh so ha ha danke kann nicht ha ha okay viel Spaß noch danke danke für's einschalten Cabibara wo ist denn mein Wolf ähm wieso ist mein Wolf nicht da wieso hast du dich das schon verpisst dank oh mein Gott dankeschön fürs Follow warum ist die Banane warum ist die Banane ernsthaft wo ist mein Wolf wie läuft doch da rum neben dir recht ich ne hier läuft keiner doch ich seh den doch bin grad baff aber ich seh ihn nicht ja wo ist noch Platz ich seh grad nirgends was hab ich denn überhaupt 4.000 4.000 4.000 das ist alles voll 4.000 alles voll äh da in den Kisten Dankeschön warte mal warte mal warte mal ach hier ähm der Hochofen ist da hinten guck mal hier in der hier in der äh ja da wo der Fuchs steht oh da sind Wilderer die machen wir jetzt erstmal platt lass dir die Palze oh du verdammtes Mistvieh du blöder Wilderer komm ran hier ich geb's dir aber einmal richtig der produziert ja jetzt noch die 5 Waren fertig und dann kannst du das sofort an alles gut nur kein Stress so kein Stress komm ihr Arschloch der ist voll süß aber einmal richtig ja schön still halten Dankeschön was hm die Arme das war jetzt nicht gut ah danke ich hab doch gar nichts gemacht was ernsthaft wer war das denn jetzt was wenn der jetzt hier Theater schiebt dann haben wir echt ein Problem also die Sounds wir raus schon geil wie war das denn oh mein Gott wer war das wer hat sich denn jetzt FBI open up gegönnt das müsste doch eigentlich im Chat stehen man man hat mir gar nicht vernünftig angezeigt was ist denn hier los FBI open ja nicht zu doll äh 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 runa machen was seh ich grad gar nicht der kann doch irgendwas ja irgendjemand hat das gemacht ähm könnte Arcanet gewesen sein ich versuch mal den zu kriegen das wird äh okay ähm welchen Follow Sound hast du eingestellt? ja ich ich hab eigentlich wow und jetzt hab ich jetzt grad gemerkt dass ich das unten im Soundboard auch drin hab hm scheiße achso FBI open up nein ich mach jetzt nicht auf lass mich in Ruhe ja er grinst sich ein ab mhm ich weiß er hat mich geschrieben war er nicht äh was ist denn hier los? äh aufbewahren warte mal warte mal wie war das nochmal da nicht Technologien mhm öhm Versuch mal ne Sphäre auf den zu schmeißen habe ich doch schon längst ein paar Stick Ach ne bü 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 eigentlich wollte ich ja meine meine witzige mütze anziehen ja ich glaube ich bin tot hier so ein rentier haben wir aber auch noch in der base wenn du das unbedingt reiten wo komme ich denn jetzt hin pass auf okay du bist im lager ja moment muss mir jetzt keine ahnung was aussuchen position kann immer zum lager ich weiß doch gar nicht wo das ist spielposition anzeigen ich kann wieder laufen wieder einsteigen jetzt bin ich am lager keine ahnung ich komme auch mit wo ich mein fuchs der ist in deinem rucksack der muss doch noch haben und da ja ist mein wolf der ist weg doch wieder drückt mal 1 oder 3 er ist erst dass hier mit rüstung beschädigt musst du an der reparaturwerk bank reparieren nicht stürzen die haben wir eine ja die steht hier neben hier neben an da wo ich stehe steht so ich versuche jetzt mal endlich ich drückte die daumen stoffkleidung stoff oder und auch noch umgeschickt glaube ich dann keine ahnung ja jetzt wird er wieder angezeigt vorhin war das lot leer ich suche schäfchen so ich muss jetzt mal eben hier die dinger alle durch die gegend aber eins müsste ich auch bald haben eigentlich haben nicht mehr raus ich habe irgendwo so ein ei gefunden würde dann wäre ja es wäre dem fuchs gehen wir auf dieses abzeichen ja hab ich dann mal hast du was zu futtern in deinem rucksack ja drück mal mit rechts klick auf die bären ja so was wird dir da jetzt habe ich noch gerade so gedrückt hält nein der kommt nicht raus mit e nein der mal neben e ist noch die eins und die drei siehst du das in welchem slot ist da drinnen dreh es kräumal das mittelrad in die sotte mal ein schatz gucken schreibt akadet ja habe ich gesehen akka moment und